hey leute herzlich willkommen zum high simulator wir sind heute ein high und tiger krokos auch dabei das ist der high simulator oben rechts seht ihr ja ich habe hier schon ein bisschen gespielt weil ich ausprobieren musste ich wollte ja nicht komplett und vermeute hier reingehen oben seht ihr oben rechts seht ihr wir haben null heilungs ganz oben rechts seht ihr unsere unsere leben dann du hast ein schwert ja ich habe ein schwert dann kann ich sagen kaputt machen unsere momentane aufgabe ist 50 autos zu essen mit e können wir essen ja das heißt ja moin es ist kaputt hallo würde ich sagen ja okay ich habe es ein ja das kann man auch irgendwie hochschmeißen aber ich habe nur vergessen wie das ist meine aufgabe genau und darunter seht ihr noch so sterne ist also kommt es gibt ja ihr seht man verliert leben wenn die polizei einen anschließt wer hätte es gedacht übrigens können wir uns auch mit f3 einfach im boden verstecken doch sie hat jeder ich glaube komplett hier nicht mal die aufgabe Und dann sehen wir uns wieder in 10 Jahren. Haha, wo sind wir auf einmal? Zumindest kriegt man keinen Fall. Oh, Polizei! Okay, Leute, ihr seht... Wir sind tot. Das passiert, by the way, wenn man stirbt. Wir sind gestorben. Cool. Jetzt sind wir wieder der kleine, unschuldige Hai am Anfang. Da drüben geht es auch im Vergnügungspark. Ich würde sagen, wir machen mal weiter und informieren euch über weitere Zwischenfälle, die passieren könnten oder auch nicht. Ja. Ähm. Was? Hey, Leute. Nee. Och, ich habe einfach nur Leertaste Shift und W gleichzeitig gedrückt. Ja. 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 Oh mein Gott, solltet ihr das Spiel selber spielen? Äh, jetzt wisst ihr, was passiert? Ähm. Er drückt, wie Leertaste Shift und W gleichzeitig. Macht das nicht. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen verbuggt, Teils. Ja, toll. Ja, okay, Leute, wir mussten kurz unsere... Wir mussten diese Aufgabe jetzt resetten. Äh, wir mussten das Spiel resetten. Also nochmal neu starten. Tja, jetzt müssen wir halt nochmal... Warte, warte. Essen. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. So, jetzt ess alle. Ja, genau. Ich kann auch Menschen essen. Und jetzt kommt die Polizei. Aber ich bekomme dafür auch Kohle. Mit der, ich glaube, mit der kann ich mir eben dann Waffen wie dieses Schwert kaufen. Ich weiß nicht mehr genau, das ist schon ein bisschen her. Und... Aber ich finde das Spiel einfach witzig. Das ist einfach so... Du musst die Polizei töten. Ja. Achtung. Nur diese Steuerung ist nicht ganz einfach, weil man einfach... Da liegt einfach jemand. Moin. Beiß mal ein Haus ab. Ich höre die... Ja, also... Ich weiß nicht, ob das geht. Ne, passiert nichts. Oh, wir waren lustig gewesen. Na. Herrschock. Wir werden angeschossen. Achtung, die Polizei. Ich will da rein, ich will da rein. Oh mein, nein, nein. Oh, äh, ok. Ok, ja. Mindestens hat sich die Aufgabe nicht resetet. Äh. Ich glaube, wir werden sie einfach versuchen zu vervollständigen. Und... Wären wir zu vollständigen. Es keine Menschen. Ja, ok, ich versuche es. Ok. Und wenn die meinem überdimensionalen Schwert zum Opfer fallen, ist es nicht meine Schuld. Zum Beispiel wie die... Toll. Zum Beispiel wie die da. Och. Mann, Junge. Was ist denn das? Jetzt probier mal gegen die Polizei zu kämpfen. Was soll man versuchen? Ja, ok. Aber hier sind so viele Autos. Ja, egal. Ok, epischer Fight. Oha. Ok, ja. Achtung. Nein. Ja, also für jeden Menschen, den wir essen, bekommen wir... Ach, Junge, diese Steuerung. Hä? Nein, bitte nicht wieder. Ja, du hast sie mit deinem Schwert getötetet. Jetzt ist nur noch einer da. Also, Leute, wir haben nichts gegen die Polizei, aber hier ist sie ein bisschen nervig. Eine Bank. Wir haben... Wo? Komm, lass die aufsrauben. Die Bank. Ich weiß nicht, ob es geht. Noch zehn Autos. Ich glaube, wir könnten es schaffen. Dann werden wir aber auf jeden Fall mal noch ein paar Läden erkunden. Warum trifft die Polizei so gut? Ja, Junge. Alter, wieso ist der Hai so hässlich? Der arme Hai, wir müssen ihm eigentlich einen Namen geben. Ok, wie heißen wir? Wie unser Hai heißt. Wir sind der Hai. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr eine Idee... Eine Idee... Eine Idee... Für den Namen unseres wunderbaren Haies. Warum kannst du gut reden? Junge, das Polizei-Auto. Essen, essen, essen. Wir haben ja auch ein Polizeiauto gegessen. Noch ein Auto. Hallo, ich will das loslassen. Jetzt. Bitte. Das ist so dumm. Ja. 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 100 Dollar. Okay. Ja, jetzt suchen wir mal nochmal einen Laden. Den... Ach, die Harpune. Wir müssen Harpune suchen. Ich will aber erstmal zu so einem Laden gehen. Warum sind wir so schnell? Oder zu der Bank. Die können wir ja ausrauben. Uff. Äh. Äh. Ich glaube da war das. Dieses Schwert. Dieses Schwert. Ach, warte. Uff. Ja gut. Was ihr gerade gesehen habt. Mit F3 kann man sich, by the way, in der Straße... In der Straße verstecken. Und eigentlich sollte dich die Polizei dann nicht sehen. Mit F2 kann man das auch ausblenden. Na. Jetzt haben wir unser Schwert verloren. Es war so halb mit Absicht, dass wir uns eine neue Waffe kaufen können. Ich weiß halt nicht, ob das mit Waffe schon geht. Hallo? Bin ich jetzt stuck? Nein, bin ich stuck. Oh, da drüben. Da ist ein Laden. Oh nein. Hallo? Du bist stuck. Versteck dich im Boden. Äh. Moment, also wir bekommen keinen Schaden. Wenn sie bei dir sind, gehen... Gehst du raus? Die laufen nicht näher. Mann, das ist die Essen. Wir müssen es eigentlich riskieren jetzt raus und versuchen wegzukommen. Okay. Oh mein Gott. Ja. Es sie. Ah. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Geht er links weg. Da kannst du es probieren. Ja. Oh mein Gott. Ja, okay. Hat der super geklappt? Ich glaube, die Leute klicken nur wegen dir das Video. Wenn ich ihn schreibe mit Tiger Kroko, werden sie auf jeden Fall... Dann schreibt mal in die Kommentare, wieso ihr dieses Video guckt. Ja eben. Ob es mehr wegen der Birnenbaum ist oder wegen Tiger Kroko mir. Wieso sage ich Tiger Kroko? Obwohl ich ja... Ja, weil die Leute nicht wissen, weil du bist... Äh, ihr wisst ja was, Leute, ähm... Die Leute wissen... Warum fliegen wir schon wieder? Leute, ihr wisst... Äh, ihr wisst einfach, was gemeint ist. Ich glaube, wir haben ein bisschen leer... Huh. Ja, da waren, glaube ich, Waffen. Juhu. Ja, also ihr seht dieses... Oh nein, warum ist sie jetzt schon? Wie kommen wir da rein? Wieso ist hier Polizei? Ich komme da rein. Hallo. Ich will da rein. Bitte. Äh. Oh mein Gott, wir sind drin. Okay, nichts. Ein Schwert. Boah, was ist das? Oh. Ja, wir können maximal das kaufen. Laserschwert, Alter. Maschinen. Oh. Piranha. Was? Ja. Ja, nee, 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 nee. Lass noch nix kaufen. Lass nix kaufen. Nix. Nein, weg, 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 weg. Lass erst mal noch ein bisschen Cash sammeln. Ja, das müssen wir machen. Cash in the cash. Nein. Warum? In the cash cash. Monster Birnbaum schneit das nicht raus. Na, aber ich schneide ja das Video. Ich weiß, dass es Konsequenzen gibt. Also, wir versuchen... Oh, ja, ja, ja. Okay, wir versuchen jetzt, niemanden zu töten. Warte. Oh, ich... Irgendwann, jetzt sah gerade so aus. Ja, dann lass doch dein Schwert weg. Ach, stimmt. Oh, ja. Hä? Wie nice. Wir können so ein Schnurrbart machen. Ja. Ja, komm, lass so ein Schnurrbart kaufen. Oh, so ein schwarzen, oder? Nee, nee, nee. Komm, lass diesen gelben. Gelb? Oder grün, grün, grün. Nee, orange. Nee, okay, okay, easy. Orange. Oder grün. Nee, komm, grün, wie... Okay, grün, ja. Birne. Ja, nice. Oh. Hä? Habe ich gerade ein... Oh, wir sind in der ECO... Nee, wir sind nicht in der E... Hä, lol, jetzt können wir uns... Okay, das war mit F1. Was ist das? Hä? Was, guck, okay, ich scroll mal... Scroll doch runter. Hä? Wieso sind wir jetzt wieder da? Wir sind einfach zurück... Achso, ich glaube... Ach, egal. Hairshop. Hair. Headshop. Headshop, Alter. Ui, Alter, wie kann... Ja. Junge, auch auf Sheriff, oder wie? Was ist das hier? Oder... Komm, orange, auf lächerlich. Orange. Ja. Wer sind wir? Das ist so geil, dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Was ist das denn? Nein, jetzt weiß ich das Auto... Naja, Weapons Store, da wollten wir eigentlich gar nicht hin. Aber ich glaube, mit 10.000 können wir uns dann... Was ist das? Ja, diese Ding können wir uns dann kaufen. Was ist das? Spray-Cut... Spray-Cut? Ja! Ja, komm, lass... Warte, warte, lass diese Pinke. Ja! Oh mein Gott. Ja! 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 Leute, wir sind wir! Ja, Leute, Leute! Ey, Leute, das war's. Ich bin der Pinke Hai. Ihr werdet wieder von mir hören. Und ich werde nicht angeschossen, aber ich höre Schussgeräusche. Äh, jetzt werde ich angeschossen. Bevor ich sterbe, beenden wir diese Aufnahme, weil das viel zu peinlich ist. Tschüss! Schussgeräusche Bis zum nächsten Mal.